UNTERTITELUNG Drei Tage, wenn ihr nichts anderes von mir hört Die hatten bei dem Überfall das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, es waren vier Mann Sie wurden zum ersten Mal überfallen, nicht lustig, weiß Die Abteilung Kapitalverbrechen leitet die Untersuchung Belmond und Ellen, ihr bildet ein Team Hey, Serge, können wir nur mal drüber reden? Auf keinen Fall Ich war mir nicht sicher, ob du es hinkriegen würdest Wir sind noch nicht fertig miteinander, Michael Das war nicht unser Deal Ich musste meine Schwester überreden, dich zu verschonen Es gibt noch einen zweiten Job Sie sagt, sie bringt jeden von uns um, wenn wir die Sache nicht durchziehen Es sind vier gewesen Wer ist der vierte? Es wäre besser, wir warten noch Wie wäre es, wenn wir es mit einem Triple Nine versuchen? Triple Nine? Was bedeutet das? Es wird ein Cop umgelegt Und alle anderen Cops in dieser Stadt eilen zu diesem Einsatzort Wir hätten den ganzen verdammten Tag Zeit Alles okay? Ja, und bei dir? Glaubt jemand, dass demnächst vielleicht eine große Sache stattfinden wird? Es muss noch einen anderen Weg geben Ich habe kein Problem damit, den Kopf kalt zu machen Nichts einfacher als das Dein Job sei geschickter als das Böse Los, hinterher Und kehr nach Hause am Ende des Tages Es gibt kein Limit, das verzweifelte Männer nicht überschreiten würden Wenn sie dazu getrieben werden An alle Einheiten, Triple Nine Verletzte Beamtung Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020